Dafür halte uns jedermann, nämlich für Christus Diener und Haushalter über Gottes Geheimnis. Nur suchet man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin wohl nichts mir bewusst, aber darinne bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren, als denn wird einem jeglichen von Gott Lob widerfahren. Solchs aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollo gedeut, um euren Willen, dass ihr an uns lernet, dass niemand höher von sich halte, denn es geschrieben ist, auf dass ich nicht einer wieder den anderen um jemands Willen aufblase. Denn wer hat dich vorgezogen? Was hast du aber, dass du nicht empfangen hast? So du es aber empfangen hast, was rühmest dich denn, als der es nicht empfangen hätte? Ihr seid schon satt worden, ihr seid schon reich worden, ihr herrschet an uns. Und wollte Gott, ihr herrschetet, auf das auch wir mit euch herrschen möchten. Ich halte aber, Gott habe uns Apostel für die allergeringsten dargestellt, als dem Tode übergeben, denn wir sind ein Schauspiel worden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christus Willen, ihr aber seid klug in Christo, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nacket und werden geschlagen und haben keine gewisse Städte und arbeiten und wirken mit unserer eigenen Händen. Man schillt uns, so sägen wir, man verfolget uns, so dulden wir's, man lästert uns, so flehen wir. Wir sind stets als ein Fluch der Welt und ein Fegopfer aller Leute. Nicht schreibe ich solches, dass ich euch beschäme, sondern ich vermahne euch als meine lieben Kinder. Denn ob ihr gleich zehntausend Zuchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christu Jesu durchs Evangelion. Darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Aus derselben Ursache habe ich Timotheon zu euch gesandt, welcher ist mein lieber und getreuer Sohn in dem Herrn, dass er euch erinnere meiner Wege, die da in Christo sind. Gleich wie ich an allen Enden in allen Gemeinden lehre. Es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich will aber gar kürzlich zu euch kommen, so der Herr will, und erlernen nicht die Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Es geht ein gemein Geschrei, dass Hurerei unter euch ist, und eine solche Hurerei, da auch die Heiden nicht von zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weibe habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht vielmehr Leide getragen auf das, der das Werk getan hat, von euch getan würde. Ich zwar, als der ich mit dem Leibe nicht da bin, doch mit dem Geist gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig beschlossen, über den, der solches also getan hat, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eure Versammlung mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, ihn zu übergeben dem Satan, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist selig werde am Tag des Herrn Jesu. Euer Ruhm ist nicht sein. Wisset ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versauret? Darum feget den alten Sauerteig aus, auf das ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasst uns Ostern halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch geschrieben in dem Briefe, dass ihr nichts sollt zu schaffen haben mit den Hurern. Das meine ich gar nicht von den Hurern in dieser Welt, oder von den Geizigen oder von den Räubern oder von den Abgöttischen, sonst müsstet ihr die Welt räumen. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben. Nämlich so jemand ist, der sich Lässet einen Bruder nennen und ist ein Hurer oder ein Geiziger oder ein Abgöttischer oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit denselbigen sollt ihr auch nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollt richten? Richtet ihr nicht, die da hinnen sind. Gott aber wird die draußen sind richten. Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist. Weta jemand unter euch, so er ein Handel hat mit einem anderen, hadern für den Unrechten und nicht für den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So denn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ihr aber, wenn ihr über zeitliche Güter Sachen habt, so nehmt ihr die, sobei der Gemeinde verachtet sind, und setztet sie zu Richter. Euch zu Schande muss ich das sagen. Ist so gar kein Weiser unter euch? Oder doch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder? Sondern ein Bruder mit dem anderen hadert, dazu für den Ungläubigen. Es ist schon ein Pfeil unter euch, dass ihr miteinander richtet. Warum lasst ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht viel lieber vervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und vervorteilt und solches an den Brüdern. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht verführen. Weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher, noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenen, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche seid ihr etliche gewesen. Aber ihr seid gewaschen, ihr seid geheiliget, ihr seid gerecht worden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unseres Gottes. Ich hab's alles Macht, es frommelt aber nicht alles. Ich hab es alles Macht, es soll mich aber nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauche und der Bauche der Speise, aber Gott wird diesen und jene hinrichten. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird uns auch auferwecken durch seine Kraft. Wisset ihr nicht, dass eure Leibe Christi Glieder sind? Sollte ich nur die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Denn sie werden, spricht er, zwei in einem Fleische sein. Wer aber den Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei, alle Sünde, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber huret, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer Selbst? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum, so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geist, welche sind Gottes. Sei achtsam! Du bist ein Verwalter des Talers, der dir zugewiesen wurde. Deine Ausgaben sind eine Reflexionsfläche, die offenbart, woran dein Herz hängt. Sei wachsam! Gaukler, Händler und Schauspieler können dich vom geraden Weg abbringen. Vielen Dank für den Rat. Du bist ein Engel in der Not. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de